Jetzt alle auf die Ergebnisse, die ich hier bei mir habe und wir starten die Siegerung der Ladies-Formationen. Vierten Platz haben Sie, Herr Franz, die Startnummer 2. The Rock Sisters von Foxo Astel Paul. Der dritte Platz geht an die Startnummer 3. Der dritte Platz geht an die Startnummer 4. Der dritte Platz von Foxo Astel Paul. Und somit den Karriereplatz an die Startnummer 1. Die Heat Rock Girls von der Formation 88. Euer Applaus! 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 Formationen! Ladies! Meine Damen und Herren! Die Finalistinnen! Einen Riesenapplaus für alle!